Moin Moin, Tag auch und Grüß Gott. Der Blick in diese Garage zeigt nur eins, Winterschlaf. Aber der Frühling steht vor der Tür, also muss sich da was ändern. BOC ist da genau der richtige Partner, denn neben der großen Produktauswahl und der kompetenten Beratung punktet man auch in der Werkstatt mit exzellentem Service und qualifiziertem Fachpersonal. Und das ist unerlässlich, wenn man sicher und erfolgreich in die neue Saison starten will. In meinem Falle ist das qualifizierte Fachpersonal der Zweiradmechaniker Sascha und ich darf ihm für diesen Film ausnahmsweise mal über die Schulter schauen. Schnell hat er die großen Wunden an meinem Bike gefunden. Eine Speiche ist verbogen und das Hinterrad hat einen üblen Seitenschlag. Auch das Profil der Reifen ist herunter und der Luftdruck Fehlanzeige. 42 Punkte umfasst der Serviceplan und die erste Inspektion nach dem Fahrradkauf ist bei BOC im Preis enthalten. Sascha hat inzwischen meine Radnabe wieder spielfrei eingestellt und zentriert nun routiniert die Laufräder mit dem entsprechenden Werkzeug, bis alles wieder perfekt läuft. Im folgenden Verlauf der Inspektion kommen dann nach und nach alle weiteren Bereiche des Bikes auf den Prüfstand. Bei der Gangschaltung werden alle Gänge ausprobiert und bei Bedarf nachjustiert, bis sie problemlos schalten und sauber laufen. Auch das Thema Bremsen ist natürlich besonders wichtig, weil sicherheitsrelevant. Die Bremsbeläge werden kontrolliert und wenn nötig erneuert und bei hydraulischen Bremserlagen hilft eine Entlüftung der Anlage von Zeit zu Zeit, die Bremskraft und damit die Sicherheit auf dem Fahrrad zu erhalten. Wichtig bei der Pflege der Kette ist übrigens, das überschüssige Kettenöl mit einem Lappen wieder abzuwischen, denn dann bleibt hier auf den kommenden Touren deutlich weniger Schmutz haften. Die Funktion der Fahrradbeleuchtung ist Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit. Doch natürlich wird im weiteren Verlauf auch noch einmal jede einzelne Schraube an dem Zweirad überprüft. Da man in diesem Job den Fahrradvirus auf jeden Fall in sich tragen sollte, ist die abschließende Probefahrt natürlich Ehrensache für Sascha. Also geht es auf die hauseigene Teststrecke, wo alle Funktionen final gecheckt werden, bevor ich dann selbst wie der Wind in die ersten Sonnenstrahlen einer erfolgreichen Saison starten kann. Während der Inspektion beim BOC habe ich mich natürlich auch ausführlich zu den Pflegemitteln für Bikes beraten lassen. Fahrrad- und Kettenreiniger halten von nun an meinen Rahmen und Antrieb sauber und mit dem vielseitigen Bürstenset komme ich auch an die schwierigsten Stellen des Rades. Das Kettenöl hält die Kette geschmeidig und das Federgabel-Deo erhält die Federkraft der Dämpfer. Mit dem Kugellagerfett kann man von Zeit zu Zeit mal den Tretlagern und Radnaben was Gutes tun und die Putzwatte Neverdall pflegt alle Chromteile, sodass ich auf jeden Fall sauber und mit Glanz durch die bevorstehende Saison komme.